Die Welt ist dunkel. Es gibt so viele schlechte Sachen, die es dunkel machen. Dunkelheit überwiegt häufig. Das Licht scheint in der Dunkelheit. Ohne die Dunkelheit gibt es aber kein Licht. Und ohne Licht gibt es keine Dunkelheit. Licht ist Hoffnung. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Er lädt dich ein in sein Licht. Versteck dich nicht. Er sucht dich. Er ist offenbar. resident Untertitelung des ZDF, 2020